Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von The Buzz. Wir befinden uns hier heute mal wieder auf der Linie 200. Das hat einen ganz bestimmten Grund und zwar ist die Tage ein Update erschienen und zwar für die Linie 200, die das Ganze auf den neuen Linienweg updatet. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit im Hauptmenü zwischen verschiedenen Varianten zu wählen, zwischen verschiedenen Dienstplänen und hier haben wir jetzt eben auch die neue 200 mit dem neuen Linienweg. Das werden wir uns heute anschauen. Ansonsten sind wir natürlich auch mit dem aktuellen Update unterwegs. Heißt, wir haben unterwegs vielleicht auch ein paar Events. Das ist ja was, was tatsächlich ein Thema ist. Also lasst mich mal bitte ganz kurz zu meinem Bus. Das wäre mir ganz lieb. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit über Repaints, nicht nur vorne und hinten, da den Bus zu bemalen, sondern eben auch hier, wie ihr sehen könnt, am Dashboard. Das finde ich eine ganz coole Sache. Das heißt, wir kriegen jetzt auch hier eine Mercedes schon auf das Dashboard. Wenn man das richtige Repaint sich im Workshop runterlädt, dann ist das eben hier auch alles so möglich. Genau, Linienweg können wir mal ganz kurz schauen. Ich glaube, das ist, wenn man da drauf klickt. Naja, egal. Wir schauen uns das mal wieder. Wir fahren wieder die Linie. Achso, wir müssen erstmal den Plan auch annehmen. Sonst wäre das auch gar nicht verkehlt. Wir haben auch keine Wartezeit. Das heißt, wir sehen das auch nachher. Ich habe nämlich extra mal geschaut, was denn neu ist. So, ich versuche mir nicht mehr anzumelden. Nicht mehr zu quatschen. Ich glaube, das ist unmöglich. So, die 200 und die 8. So, genau. Wir sind auch schon da. Am Anfang ist noch alles gleich. Wir fahren dann. Hallo. Achso, ja, ja. Ich wollte gerade aber noch was überzählen. Naja, 24 Stunden Berlin ABC. So, sie wollen bezahlen mit Bargeld. Okay, dann nehme ich ihr Cash mal weg. Super. Dann sind wir jetzt genau auf die Minute pünktlich. Und ich werde einfach mal schauen, dass ich im Laufe der Fahrt dann sage, wo es dann neu geht. Zwischen S- und Uberlof Alexanderplatz und Potsdamer Platz müsste das sein, wenn ich das richtig recherchiert habe. Da fahren wir dann nicht über unter den Linden und so, sondern wir fahren dann da in eine Nebenstraße. So, Klimaanlage für die Fahrgäste. Das ist, glaube ich, auch eine okaye Angelegenheit. So, dann wollen wir hier ganz vorsichtig und gemütlich raus. Lass sie mich auch raus oder ist das so ein... Okay. Ich muss einfach selber schauen, dass ihr frei seid. So, wunderbar. Das geht ja schon ganz fix los. Ansonsten, was es auch tatsächlich gibt, was jetzt auch wieder über den Workshop reinkam, ist die Möglichkeit, reale Ansagen abzuspielen. Das werden wir ja natürlich gleich, wenn wir das hören, gab ja in der BAS immer so, ne, aus lizenzrechtlichen Gründen eigene Ansagen. Und im Workshop gibt es jetzt für alle Linien eben außer die 200, außer das, was wir heute fahren. Ich wollte es aber trotzdem nicht nehmen, dass wir uns ja die Linie fahren. Gibt es ein Ansagenpaket mit den realen Ansagen der BVG. Also für die 100, für die 300 und für den TXL ist doch die Linie, ne. Das ist die zum Flughafen. Naja, das ist alles schon ein bisschen eine Linie, die es auch nicht mehr gibt tatsächlich. So, aber ich denke und hoffe, dass es jetzt irgendwie eine ganz schöne Sache ist. Ich finde vor allem eine schöne Ergänzung, dass jetzt auch hier das Lenkrad repaint-fähig ist. Also natürlich gibt es trotzdem keine offizielle Lizenz von Mercedes, Jedes, sodass das hier kein Hauptspielinhalt ist mit dem Stern. Sondern das sind immer Sachen, die dann aus der Community kommen, um das Spielerlebnis das so ein kleines bisschen zu verbessern. So, da ist doch aber auch niemand, oder? Ich muss doch trotzdem mal ganz kurz stehen. Ja, kann leider aussteigen. Ja, gut, dann können wir auch weiter. So, da ist mich da einer. Dankeschön. So, was auch noch weiterhin in Arbeit ist und soweit ich das bekommen habe, auch knapp in den Startlöchern steht für The Bus, ist der Modding-Editor. Aber was insofern, finde ich, eine klasse Angelegenheit ist, als dass dann natürlich die Variation an Maps immer größer wird. Man hat das auch immer schon ein bisschen im Hauptspiel, finde ich, gesehen. Also man konnte immer die Map auswählen. Man konnte halt nur Berlin auswählen. Und das ist was dann, was sich hoffentlich dann mittelfristig ändert. Und was, denke ich mal, nochmal echt ordentlich Langzeitspiel-Spaß hier mit einbauen. So, hier ist es aber einiges los. So, es wurden auch schon fleißig Repaints gemacht für verschiedene Karten. Also für verschiedene Städte. Schönen Tag. Du hättest gerne AB, Tageskarte und Rittkarte bitte. Ja, also Handy und Karte ist ja eigentlich, ist ja egal, das kommt aufs Gleiche raus. Das ist ja auch bloß der NFC-Chip vom Smartphone, der dann vorgibt, eine EC beziehungsweise, das heißt nicht immer EC-Karte, eine Girokarte, beziehungsweise eine Kreditkarte zu sein. Also eine Kreditkarte ist, glaube ich, so der Standardfall. So, dann zischen wir mal ab hier ein bisschen. Zeitlich sind wir, ja, ich muss immer ein bisschen schauen, das Berliner Zeitrechnungsmodell. Wir sind jetzt drei Minuten knapp zu spät. Okay, gut. Ist, äh, muss man immer schauen. Ja, da ist dann Minusverspätung und so, das, äh, ja, ihr seht das da noch ganz knapp. Also ich kann jetzt auch irgendwie ein bisschen heller machen. Ich glaube, das finde ich ganz optisch angenehm, ne? So, einmal hier. Das kann man doch auf jeden Fall hier einstellen. Funktionen, Einstellungen, Helligkeit, Display. Ja, genau. Damit wird auch halt nur das In-Game-Display heller. Mein Display hier vom Tablett kann ich ja selber hell schalten. Ach genau, das ist auch eine neue Funktion, wenn ihr die noch nicht kennt. Die gibt es halt ein paar Updates. Und zwar kann man es mit einem externen... Danke, dass mich einer rauslässt, ne? Äh, kann man es mit einem externen Bildschirm, Geräte, mit einem Tablet oder mit einem Smartphone, kann man sich jetzt dieses Ding hier anzeigen lassen. Also die, äh, Kasse, das Kassensystem, das Atron. Und das Ganze dann eben so mit einem zusätzlichen Bildschirm direkt per Touch bedienen, so wie diese Kasse auch gedacht ist. Äh, finde ich eine sehr schöne Sache, wenn ihr das nicht gesehen habt. Ich versuche dran zu denken, genau das Video dann im Endscreen zu verlinken. So, lässt mich mal einer raus hier. Also bis das nämlich auch rauslassen müssen, ne? Weil das ist irgendwie so STVO-technisch, muss man dem Bus die Abfahrt dann geschüttet. Von der Haltestelle ermöglichen. Ja, das ist auch noch grün. Wenn man Kreuzung blockieren, ist das auch belastend. Ne, das ist nicht mehr grün. Ich bleib hier mal stehen. Ups. Hat schon das Müllauto versemmelt. Aber immerhin ist das sehr müllig, ne? Ja, aber das ist Berliner Verkehr, ne? Das ist, äh, das ist Großstadtverkehr. Da kann man auch mal durch ein Müllauto laufen. Ich meine, ich sehe da auch gar kein, ich sehe da auch gar kein Problem. Hey, der ist doch absolut fein. Ja, das ist auch noch ein bisschen, ne? Mit so Straße. Was kommt dann danach? Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen bis zum Alexanderplatz. Und da bin ich da mal gespannt. Also wir können da mal... Sehen wir da sogar auf dem... Ach, guck mal, wir können das sogar hier zeigen. Und zwar sind wir ja früher, ähm, Alexanderplatz, dann, ähm, genau, soweit ich noch weiß, äh, hier lang gefahren. Oben lang auf jeden Fall. Ähm, nicht ganz bis zum Brattenburger Tor durch. Die sind dann vorher da abgebogen. Es ist eigentlich, ich bringe das jetzt durcheinander. Auf jeden Fall ist das... Habt ihr da jetzt den Linienweg gesehen, den wir heute fahren? Musst du immer ein bisschen vorsichtig sein. Erstmal als Nicht-Berliner immer so ein kleines bisschen... Naja, gut, ich konnte das eigentlich auch nicht vorrücken. Äh, war es schön und gut, dass da grün war. Warum fährt der jetzt eigentlich? Hm. Wissen wir nicht genau. Naja. So, die nächste Ampelphase werde ich mich aber mal vortasten. Also nicht, dass ich jetzt auch schon über der Halterlinie stehen würde. Nein, nein, ich doch nicht. Das wird nie passieren. So, da kommt ich aber weit vor hier heute. Nimm ein paar Meter bis hier. Ich muss ein bisschen mehr diesen Berlin-Fahrstil an den Tag legen. So. Einfach ein bisschen mehr Paddle to the Metal und dann durch hier, aber... Hier sind 30. Ja. Das Müllauto will uns scheinbar noch ein kleines bisschen begleiten, habe ich das Gefühl. Das möchte gerne weiter Teil dieses fantastischen Videos sein. Dieser fantastische bewegte Bildproduktion. Was ich natürlich vollkommen nachvollziehen kann. Ich meine, das ist ganz klar, dass man das ganz gerne möchte. So. Ja, da kommen wir richtig schnell durch heute hier. Ja, machen wir mal so ein bisschen Verspätung. Gut, ich hätte jetzt vermutet, so gegen neun, wie wir es jetzt hier hingeben haben, ist das schon eher wieder... So geht das schon wieder eher klar, aber scheinbar... Ach, guck mal. Ich glaube, dass dieses Postauto da vorne, das könnte auch eines der Events sein, was dann dynamisch irgendwie die Straße zuparkt. So, einen schönen guten Tag. Hi, ich hätte gerne einen Vorschein. Das ist gerne A, B, C. Hey, ja, einmal mit Kale, bitte. Das ist mir eh lieber, Dankeschön. So. Geht viel fixer, bis ich da eher Kleingeld gezählt habe, meine Dame. So. Dann wollen wir da einmal den TML-Laster überholen. Genau. Einmal raus hier. Ich meine, das ist toll, dass das TML und DHL auch beide... Ich sag mal, du hast eine Abkürzung, die aus drei Zeichen besteht. Von daher... Machst du das eigentlich ganz gut. So. Vorhin ist doch schon wieder... Die Hufelandstraße, ja. Genau. Also, ich wäre wirklich ganz gerne mit den realen Ansagen gefahren. Ich kann mir aber vorstellen, dass das auch was ist, was noch nachgeliefert... Du fährst... Ich will extra nicht blinken. Wenn ich blinke, habe ich nämlich sogar noch vermutet, dass die genau das machen. Nämlich einfach so rausfahren. Jetzt haben die das trotzdem einfach gemacht. So. Einmal eingestiegen. Hallo. Guten Tag. Moin. Moin. So. Was denn auch noch hätte mitwollen, wäre ein bisschen spät dran gewesen. Ich meine, wir müssen uns auch ein bisschen an die... Zeiten hier halten. So. Raus da. So. Und dann kommen wir auch... Ja, langsam, aber sicher auf den... Auf den anderen Bereich. Kann natürlich sein, dass ich es hier auch Quatsch erzähle und das gar nicht so der Fall ist. Und wir da gar nicht wirklich irgendwie lang fahren. Und dass... Ich vielleicht auch sogar den komplett falschen Dienstplan eingestellt habe. Und wir deswegen überhaupt gar nichts Neues sehen. Aber... Immerhin haben wir dann ein schönes Video gehabt. Trotzdem. So. Der fährt doch auch wieder, ne? Ja, klar, natürlich Fahr... Echt aggressives Fahrverhalten hier, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Den umliegenden Verkehr auch. Ein bisschen im Blick haben. Was einen alle um einen herum so tun. Dann spielen sie das aber aus, als hätte ich hier voll den Fahrplan mitgenommen, ne? Ja, ist auch fast der Fall mit der Tür. Ja, mit dem Spiegel hoch. Ja, gut, das kann man aber auch mal aus. Gut. So. Ich glaube, ich kann auch auf der Spur bleiben. Danke. Ja. So. Neulstraße, Prenzlau, Allee. Ja, ja, okay. Ansonsten schaut man natürlich auch hier schön durch die Gegend. Ist ja, wenn man da aussteigen möchte. Ich habe keinen Haltewunsch, ne? Keinen Haltewunsch auf dem Display. Dann hätte ich einfach gesagt... Nutzen wir das mal. So beschwert sich jetzt jemand. Wenn nicht, dann ist es gut. So. Rechts gibt es Coffee. Ich muss mich daran erinnern, dass ich heute noch keinen Kaffee hatte. Ja, vielleicht mache ich mir nach der Folge einen. Ivo, ich sehe es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich habe wahrscheinlich auch eine Bus... Also ich habe wahrscheinlich auch eine Busampel, weil ich muss ja da vorne links rüberziehen, ne? Das heißt, vielleicht bekomme ich sogar eine eigene Ampelfase. Ja, ja. So läuft der Hase hier. Hörsch, der Hase hoppelt aber. Ja. Ich finde aber so läuft, der Hase ist trotzdem irgendwie ein cooles... Äh... Trotzdem irgendwie ein cooles... Danke, dass ich die Ampel sehe. Ist es da vorne die Ampel? Was? Ne, ist die Fußgängerampel. Ach doch, das da ist. Die Ampel hinter dem Spiegel da. Ja, das grüne Licht sollte ich jetzt sehen, glaube ich, oder? Ampel, Ampel, Ampelie, Ampelie, da. Jetzt sehen wir die, ja, klasse, ne? Gemütliches Vorrücken ohne Standgas. So was haben wir ja halt nicht in einem E-Bus. Deswegen, ja. Aber ich finde echt, dass das Detail, dass das auf dem Lenkrad jetzt repaintbar ist, was es da in der ersten Iteration noch nicht war, muss ich tatsächlich sagen, ist eine der coolsten Änderungen. Aber was liegt mir der Stern vorne auf der Front, wenn ich, ja, ne? Das ganz gerne hier auch auf dem Dashboard hätte. Also, das sehe ich ja die ganze Zeit. Ich meine, ich sehe echt immer das Dashboard, aber wie oft sieht man denn mal bitte den Bus von außen? Also, außer auf einem Screenshot oder so. Oder ist halt jemand, der gerne Zeit in der Außensicht verbringt? Ich jetzt nicht. Ich sitze gerne hier wie ein Busfahrer eben auf der... Ist das die Busspur? Das ist die Busspur. Ich dachte erst mal, das sah ein bisschen eng aus. Jetzt ist noch ein Fahrradstreifen. So ist das noch hier, der Ausstieg. Natürlich in Fahrradrichtung. Sollab, rechts. Jetzt ist es nicht wieder... Danke. Ich dachte schon, der will sich auch wieder reindrücken. Also, wenn das immer mal passiert, ist das cool. Wenn das jedes Mal passiert, finde ich es halt uncool. Also, immer mal ist halt realistisch, weil du hast immer mal jemanden, der da so ein bisschen nicht eilig hat und dir mal ganz gerne die Vorfahrt klaut. immer wäre, finde ich, dann einfach ein klein wenig sehr nervig, weil das artet dann, hallo, ein bisschen in so ein bisschen Babysetten aus, weil du das Gefühl hast, ich muss mich wirklich um komplett die gesamte andere Welt kümmern. So, sub. Ach, guck mal, UPS ist auch hier. Haben die einen großen Stellenwert eigentlich hier in Berlin? Oder überhaupt? Ach, weiß ich nicht. Also, ich glaube, in Deutschland hat das UPS nicht so einen sonderlich großen Stellenwert. Wobei ich interessant finde, dass es DHL auch in sehr vielen anderen Ländern gibt. Also, irgendwie sind das irgendwie gefühlt immer die gleichen Paketdienste. Und ja, wir sind wahrscheinlich hier vollkommen gut zur Paketdienst-Uhrzeit gekommen. Wahrscheinlich gerade alle am Ausschwärmen und am Ausliefern. Ich wollte jetzt irgendeinen Wortwitz machen mit Unterstoß heute mal wieder richtig am Abliefern. Aber, ja, nee. So, A wäre das erstmal Selbstbeneisung, was mir erstmal generell widerstrebt. Und zum anderen, was ist das zum anderen? Ich habe keinen zum anderen Punkt. Aber, ja, so. Oh, ein Mob bitte los hier. So, Achtung. Ja, da läuft einer rüber. Das haben wir natürlich gesehen. Wenn er mal sein Poppest dann da von der Kreuzung bewegt, dann könnten wir auch fahren, ne? Das habe ich gehört, hat einen Vorteil. So. Ah, fahren wir mal links. Gut, dann werde ich mich schon mal passend einordnen. Hier vielleicht irgendwie noch nicht, weil ihr macht hier so ein bisschen... Seltsame Dinge. So, eure seltsamen Dinge will ich da irgendwie noch nicht mitmachen. Weiß nicht, ob und wie lange ihr euch jetzt hier verhakt. Ja, scheinbar ein bisschen, ne? So, ist nur die linkeste linke Spur. Ja. Ja, das ist ein bisschen assi gewesen. Ne, Mama, kein Update jetzt. Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich heute Nacht updaten. Machen wir jetzt nicht ein Update. Ja, ich... Klar, mit einem eingeschalteten Bildschirm und... Klar, natürlich. Einfach mal ein Update machen. Ist ja... Okay. Dann gibt es an der nächsten Station aber keinen Fahrscheinverkauf. Sehr gut. Ich habe die noch nicht erlaubt, ne? Aber vielleicht ist das wohl ein unfassbar wichtiges Sicherheitsupdate. Deswegen ich jetzt meine externe Kasse nicht benutzen kann. Ja, taktisch wäre es natürlich gewesen, den Akkustand niedrig zu halten. Dass er dann das Update einfach nicht ausführt, weil der Akkustand zu niedrig ist. Ja, ich weiß, Updates sind wichtig. Aber nicht, wenn ich jetzt was aufnehmen will. Ich meine, angenommen... Ach. Hm. Weiß ich nicht. So, komm, hopp. Danke, dass Sie keine Fahrkarte kaufen wollten. Das appreciate ich hart. So. So, dann sind wir auch schon am Alexanderplatz. So, das heißt, ab jetzt wird es dann spannend. Ach ja, danke, Tim. Äh. Ist zu parken. S und U-Bahn auf Alexanderplatz, Memhardtstraße. Okay, das heißt, die Ansagen sind gemischt. Insofern, dass wir für die Bereiche, wo es neue Ansagen gibt, diese haben. Das heißt, in allen Haltestellen, wo wir es jetzt schon mal überkreuzen, mit den Bestandslinien, dass wir dort tatsächlich die... Ich nehme die Bestandslinien, Quatsch. Also mit den Linien 100, 200 und TXL, dass wir überall dort Ansagen haben. Und nur halt jetzt für den Bereich, der 200 exklusiv ist, scheinbar nicht. Ja gut, damit kann ich aber auch leben, ne? Das ist auch fein für mich. Aber schön, da habe ich auch mal gehört. Dun, dun, dun. Ja, das müsste dann ja eigentlich... Haben wir jetzt noch exklusiven Linienweg oder doppeln wir uns jetzt nicht irgendwie ein kleines bisschen, ne? Müssen wir mal gucken. Schönen guten Tag, haben wir eingestiegen. Bitte ein bisschen zügiger, um nicht ewig Zeit. Dankeschön. Warum haben wir auch ein klein wenig Verschbettung? So, da schaffen wir es noch drüber, oder? Scheint so zu sein. Na, wunderbar. So, dann biegen wir da vorne ab. Okay, okay, okay. Ich fange an zu verstehen. Dun, dun, dun. Spandauer Straße, Marienkirche. So. Ansagen. Hatsache. Ist absolut korrekt. So. Äh, jetzt wollen wir da vorne nochmal an der Stähle. War noch drei Minuten Verspätung. Und so haben wir ja auch eine Busampel. Ich glaube, das würde mir hier helfen. Mal eingestiegen. Können wir bitte ein bisschen zügiger. Ich habe echt nicht so lange Zeit. Ich habe nämlich grün. Guck, dann fahr mal los. Da kann ich euch nicht helfen. Also, wer es nach der Zeit nicht da war. Sorry, dann, äh. Ist halt auch einfach nicht. So, oh. Das ist doch mein Luxus hier. Nur für uns ist hier noch exklusiv die, äh, Dingens aufgehalten. Mutmaße ich einfach mal so. Ja, hier den Bereich kennt man ja zwar auch. Aber ich glaube, da ist er mit der 300er zugekommen. So. Was ich bei den Ansagen auch gelesen habe. Was mich irgendwie wieder so ein bisschen, was ich immer wieder krass finde. Und zwar, ah, ich kann meine Kasse wieder in Betrieb nehmen. Das freut mich natürlich. Ja, danke, Software-Update abgeschlossen. Du mich auch. Was ich krass fand, in Bezug auf die Ansagen, war einfach auch die Tatsache, dass die, ne, aus dem Fahrten im Bus heraus aufgenommen wurden. Und dann über KI so bereinigt wurden, dass halt die ganzen anderen Geräusche rausgefiltert wurden. Und ich finde, wir hatten das entweder neulich im Stream, oder das ist noch in einer anderen Folge irgendwie drin. Wir haben jetzt ein bisschen über die Möglichkeiten geredet, die jetzt aktuell irgendwie über KI reinkommen. Also allein schon JetGBT aktuell schon allein. Das ist, finde ich, eine krasse Sache, was damit geht. Also, ich finde so, in den letzten Monaten hat das, was man jetzt als Endanwender greifbar mit KI tun kann, nochmal so ein unfassbares Plus bekommen. Davor war das so ein, ja, ja, Zukunft ist richtig Hauptsache, so ein bisschen Buzzword-Bingo, wir müssen überall KI mitverwenden. Aber, Alter, ist schon krass, was da einfach auch geleistet wird, was so auf diese Art und Weise vielleicht auch von Menschen gar nicht so gut geht, oder nur sonst von hochspezialisierten Sachen. Da finde ich auch hier zum Beispiel diese Bereinigung, wenn das so ist, wie ich das gelesen habe, finde ich krass. So, das heißt aber, hier sind wir wieder exklusiver 200er-Bereich, ne? Kurzschluss, Nikolai-Viertel. Okay, soll jemand mit hier vielleicht? Irgendjemand eingestiegen, mit dabei sein. Guten Tag, hallo. Ja, tatsächlich, Nikolai-Viertel-Viertel-Viertel, 200. Ja, okay, gut, das ist gut. Zu wissen genau, die 300 wäre da dann ja gerade ausgefahren. Genau, am Roten Rathaus. Und hätte dann irgendwie da anders sich da durchgeschlängelt. Wenn ich mich nicht täusche, ne? Die fährt dann in der Richtung... Ja, die fährt... Ich kann mich das noch auf der Karte nochmal an. Ja, genau, die müsste dann ja hier lang und die ist dann da. Und, und, okay. Gut, ne, das wollte ich dann nochmal. Das heißt, wir haben dann hier nochmal auch tatsächlich, dass ich cool finde, einen neuen Bereich, der kostenlos als Update mit dazukommt. Und genau, ob da vorne ist das dann ja wieder ein Bereich, den wir kennen. Wir kommen auch von der anderen Seite. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch nicht so viele, die sich doppeln. Aber schauen wir einfach mal. So, fangen wir mal wieder hier in den neuen exklusiven Bereich, nachdem wir das jetzt festgestellt haben hier. So. Noch ein bisschen hier ausnutzen, dass hier frei ist. So, Fischerinsel. Ja, ja, okay. Ich bin vielleicht ein bisschen zügig gefahren. Oh, hier sind wir auch mal. Das sagt mir was hier. Bin ich schon mal hier gewesen? Bin ich tatsächlich schon mal hier gewesen? Das sagt mir tatsächlich was. Ich hab da unter dem Ding, irgendwie war warm, da hab ich mir eine Sonnenbrille rausgeholt. Irgendwie sowas in der Art. Hi. Guten Tag. Macht auch einen großen Schlenker hier. So, und abwart. Jetzt auf Steam. Ach, ist das auch ein TML-Spiel, für was da Werbung gemacht wird? Das wäre wild. So. Vorsichtig. Ja, du mich auch. Ja, wobei, so Schleppall hat gar nicht. Das hat mir vergleichsweise gut gepasst. So, das ist ein Cosmo-Hotel. So, das ist die... Das sag ich mal hier. Okay, sehr gut. Aber nur Stadtmitte. Hier, wo soll hier mal Straße. Okay, okay. So. Gut, gut. Also ich hab da so ein bisschen die nächsten Haltestellen hier nochmal gecheckt. Und dann müssten wir in Potsdamer Platz hier dann einfach von der anderen Seite wieder... wieder reinkommen, ne? So. So, wieder halbwegs im Plan. Aber auch eine Minute Verspätung. Äh, das sind noch gleich zwei Minuten. So. Und Abfahrt. So, komm. Ziehen wir mal ein bisschen ab hier. Ja, 33, dann nach 35. Äh, okay, so viel Zeit haben wir da jetzt auch nicht. Okay. So, ne Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann haben wir hier. Dann einfach rein mit euch. So. So, schönen guten Tag. Hallo. Mein Fahrschein. Ihr seid alle bedient. Ja. Haus hier. Wir haben nicht ewig Zeit. So. Das ist sogar eine Busspur. Da ist einfach nur zufällig niemand. Also mal von der anderen... von der anderen Belinigung sieht das schon ein bisschen wie eine Tatsache-Busspur aus. Sehr schön. Ach, hier wird ja diese einmal schräg drüber Busspur. Ja, ja. Kenne ich noch von der X10. So. Darf ich denn hier weiter geradeaus oder nicht? Nee, darf ich auch nicht. Ja, gut, das weiß man dann irgendwann, dass man da rechtzeitig die Spur wechseln muss. Damit habe ich jetzt nicht... nicht gerechnet tatsächlich. So. Ja, hier steht mir so ein bisschen in der Haltestähle, aber... Oh, ein Soft-Eis. Schönen guten Tag. Hallo. So, 35. Wir sind wieder fast im Plan. Also zumindest ist es derselbe Minute. So, wer jetzt noch mit will, sorry. Es ist aber ein bisschen zu spät. Also, die können bitte gerne als nächstes auf der anderen Seite vom Haltestellenschild vorbeilaufen. So, jetzt haben wir aber immerhin mal für ein paar Haltestellen auch mal die neuen Ansagen gehört. Das ist natürlich jetzt, wenn man das nur teilweise installiert, hat nur so ein Mischmasch. Aber, ja, das denke ich jetzt auch nicht sonderlich problematisch, ne? So, wunderbar. Undurchsichtige Verkehrsverhältnisse hier. Das steht doch eigentlich nicht, wie es da voraus ist. Ich muss sagen, so von der... Vom Detailungsgrad... Ah. Okay, da sind wir scheinbar nicht alleine. Und das wurden... Und das wurden halt einfach schon alle Ansagen, die man eben aufgenommen hatte, einfach schon eingefügt. Das kann natürlich sein... Oder wir doppeln uns hier mit der 300. Na, Tatsache. Ach, die kam von da rechts, oder? Kann doch die sein, dass ich vorher Quatsch erzählt habe. Das tut mir leid, falls ich irgendwie... Ist das die 300, die dann hier diesen Schlenker macht? Ups. Ja, sorry. Okay, äh, puh, bin ich ganz so Berlin-affin. Die fährt auf jeden Fall auch da lang, ne? Die fährt dann da auch über unter den Linden und so. Kann natürlich sein, dass ich die gemeint habe, die dann hier so lang fährt. Aber, hm. In jedem Fall sind wir dann jetzt gleich am Potsdamer Platz. Und ab da geht es dann wieder ganz regulär. Ah, das wird ich schon innenstädtisch, ne? So, und okay, natürlich der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Einmal eingestiegen. Hallo. Bis die auch immer rankommen auf den Meter, ne? So, Minute 30 Verspätung haben wir noch. Fast zwei. So. Die Spur da vorne habe ich nämlich einen Abbiege-Only-Pfeil gesehen. Und das kann natürlich nicht sein. Also, es kann natürlich sein, aber es kann natürlich nicht sein, dass wir den nicht beachten. So. Okay, aber die Matrix, die tut auf jeden Fall auch noch andere Dinge, wenn ich das jetzt so sehe. Ich glaube, das wird auch schon mal, äh, irgendwie beschrieben. So, da vorne, oh, das weht sogar. Das ist ja cool. Also, dieses fahrende Ding. Ja. Bis wir über der Kreuzung sind, ist auch ein bisschen... Ich meine, es ist auch bezeichnend, dass wir hier für zwei Minuten Fahrzeit, äh, eingeplant haben. Klar, gut, wenn du halt einmal die Appelfase sonst nicht richtig triffst. So, zack. Varian Fry, ich hätte jetzt... Ja, gut, ich weiß auch nicht, wie man es wirklich ausspricht, aber ich hätte jetzt Varian Fri oder so, keine Ahnung, gesagt. Ja, gut, dann frittiert der Varian wohl Dinge. So, wie sieht das aus? Das war ein bisschen schwierig zu sehen, ob das alle ausgestiegen sind, ne? Der Innenspiegel, ja. Ja, geht. Ich könnte natürlich hier schon ein bisschen Licht gebrauchen, aber... Das lassen wir mal. Ah, die Stelle sagt mir auch noch was, ne? Da vorne dann in der Kurve, na ja. Da sind wir auch schon mal lang gedüst. Aber noch ein Kmh, ja gut, okay. Das mit dem Display-Update ist scheinbar wohl nicht hundertprozentig, äh, korrekt. Und... Ja, es sind aber hundert Ampeln und deswegen stehen wir wahrscheinlich ein bisschen, okay. Und haben aber auch drei Minuten Fahrzeit, dann bist du ja nicht snarlisch, oder? Das ist ja nicht... Gut, auf nordische Botschaften geht es dann ja relativ straight. Dabei fahren wir nicht ein bisschen anders? Ah, ich war mal gespannt. So, jetzt aber, oder? Können wir, dürfen wir. Müsste sagen, das Taxi hat es doch bestimmt auch eilig, ne? Das ist doch auch nicht ganz so gemütlich am Fahren wie vielleicht andere. So, der Phil. Und seine Harmonie. So, haben wir hier durch. Hier durchballern ist auch keine gute Idee mit dem Parken an Autos, ne? Ne, ne. Gar keine gute Idee. So. Wer hat denn da seine Mopeds da direkt am Ding abgestellt? Naja, so einmal eingestiegen. Hallo. Guten Morgen. Ich benötige ein Ticket. Guten Morgen. Du benötigst, das ist absolut korrekt. Wenn man mit dem Bus fährt, benötigt man ein Ticket. Das ist, das ist, das hast du absolut korrekt dargestellt. Ich habe leider nicht so eine fantastisch schöne, tiefe, voluminöse Stimme wie du. Oh, ich muss noch da links. Also, auf die linkse Biegerspur. Ich ziehe mal so weit rüber, dass ich vielleicht nicht ganz so schief stehe, weil ich blockiert schon die ganze Straße. Ja gut, das bringt nicht viel. Ich blöcke jetzt trotzdem die ganze Straße. Naja. Die Frage ist halt auch, wann sich die KI halt auch mal bequemt, dann hier mal abzubiegen, ne? Naja, okay. Ist passiert. It's happening. It's happening. So. Ja, oder auch nicht. Immer sind ein paar abgebogen. Also nicht so, dass wir jetzt hier komplett bis ewig stehen, sondern... Du siehst, dass du mich rauslässt. Das finde ich sehr freundlich. Dankeschön. So, Tiergordens, tolle Hause. Ach, an jeder kreuzende Ampel. Wir kommen in der Großstadt, ne? Dachte jetzt schon, vielleicht kriegen wir das wirklich noch hin, um 44 an der nächsten Hordestede zu sein. Aber da war natürlich wieder die Ampel. Die war schneller und hat sich gedacht, ne, 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 ne. Hula, da machen wir mal, ne, das machen wir mal anders. So, jetzt aber, komm. Alle drei so im Gleichtakt. Langsam los trotten. Und der Ausstieg natürlich auch dort in Fahrtrichtung rechts. So. Einmal Rinn hier mit euch. Jungen Tag. Irgendjemand hat einen Fahrschein. Ich bin bereit. Ticket. Irgendjemand. Fahrkarten. Heute eine zu Preis von einer. Moin. 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 Kann ich bitte ein Ticket haben? Einzelfahrschein, sagst du? Bar. War. Gebt mir dein Essensgeld. Dankeschön. So. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Ah, okay. Ich sehe schon. Das ist ein relativ langer Stream tatsächlich für die. Ja, okay, das ist auch hier auf der Kasse so. Passt so leider nicht ganz auf die Kasse drauf. Ja, ja. So, da ist noch grün. Ich will es jetzt nicht jinxen, aber es ist noch grün. Das ist noch grün. Das ist immer noch grün. Das ist fantastischerweise immer noch grün. Aber das Spiel, wenn du dich jetzt noch mal ganz kurz wieder fängst, weil du es mal nachgeladen hast, dann wäre ich dir sehr dankbar. Ist die Bausteine auch immer da? Das ist auch so ein Event. Das weiß ich tatsächlich nicht. So, einmal eingestiegen auf jeden Fall. Hopp. Wir sind schneller hier. Hi. Bis die alle eingestiegen sind. Fahrgäste sind halt auch echt... Fahrgäste sind auch echt ein Zustand. Das ist... Ja, aber immer so. So, blinken. Und damit sind wir wieder on time. Das ist ja klasse. So, jetzt sind wir wahrscheinlich nur 200. Und jetzt kriegen wir, denke ich mal, wieder die alten Ansagen, oder? Fragezeichen? Tatsache. Ja, gut, der Mischmasch. Aber immerhin sieht man dann, was man... ...wat man daran hat. Wie gesagt, den Mischmasch, den müsst ihr auch gar nicht haben. Das ist jetzt gar nicht irgendwie so der... ...der Standard, sondern auch, ja, die Ansagen sind halt, wie schon erwähnt, eine Mod aus dem Workshop. Entsprechend könnt ihr natürlich auch darauf warten, bis die vollständig geupdatet ist, um dann den Mischmasch hier zu entgehen. Ich finde es aber spannend, das auch überhaupt mal zu hören, tatsächlich. Deswegen... So. Finde ich cool, was hier immer mehr an Modding-Möglichkeiten mit reinkommt. Also, angefangen von Repaints, jetzt dann auch über solche Geschichten. Äh, Spiele-Dateien verändern, äh, finde ich... ...finde ich klasse. Hm, hm, LKW-Kolonne. Ja, ich dachte irgendwie, ihr fahrt noch ein bisschen schneller. Wahrscheinlich nicht. Was ist denn da? Jo, so ist wohl eine rote Ampel. Da können wir leider nichts machen. Ja, belasten. Nicht mal eine Busspur oder so, wo ich mich durchdrücken könnte. Ah, hä? Ich dachte, das ist immer noch rot. Ich wäre jetzt immer... Ich wäre immer durch den Bus gelaufen, hätte mal Fahrscheine kontrolliert oder so. So. Kein Fahrrad, kein Fahrrad. Kein Fahrrad. Das ist nicht das weit hinten, bis wir dich angedackelt kommen. Ja, äh, da steht Bus, du, ja, äh, mhm, ja, nö, da könnte man ja... War ganz gemütlich. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, immer mit Karte, bitte. Danke dir. Danke Ihnen. Was, ich möchte gar kein anderes Ticket. Lüge nicht. 24 Stunden. War ab, wie war richtig. Das würde ich einmal Zeit sparen, ne? Und dann sowas. Naja, egal. So, Bereitscheidplatz und dann kommen wir auch schon zum zoologischen Gordon. Da vorne ist wieder... viel Logos, aber es verteilt sich irgendwie. Es ist ja schon mal was. Wunderbar. Ja, ich denke, wir kriegen das... Wir kriegen das auch mit den letzten paar Meterchen irgendwie ganz gut hin. So. Ah. Da sind wir wieder hier auf... Genau, ab hier haben wir ja dann ja... Überall sind Ampeln. Das ist... Ah. Stadtverkehr. Du denkst einmal ganz kurz für ein Sekündchen. Das könnte ja gerade mal ganz fix so ein bisschen schneller funktionieren. Und dann... Ja. Sieht man ja... Bus-Spur haben wir natürlich. Die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Ja, es ist tatsächlich sinnvoll. Ja, ja. Das ist auch noch sinnvoll, darüber zu fahren. So. Ach genau. Wir fahren ja nicht über den... Naja, ich erinnere mich. Wir fahren da nicht quasi so durch, sondern wir fahren da so ein bisschen außen rum. Irgendwie. In die Lebensstraße. Morgen. Dann kommen sie halt noch rein. Nein. Jetzt älst es aber Feierabend. Wie das duftet. So. Kräftig, deftig, witzig, gut. Los hier. Ja, nochmal jemand. Und vor allem die paar Meter hervor. Da kann man doch laufen. Da ist es so ein Bus einzusteigen. Oh. So, hier ist doch überhaupt schon der erste Eingang zum U-Bahnhof. Na ja, na gut. So, Details für uns geht es hier in die Lebensstraße. Ich bin gespannt, wie es ausgesprochen wird. Wahrscheinlich anders. So. Donc, hier. Oh, da oben die S-Bahn. Ich finde das so schön. Und der Toilette. Dann machen wir das doch. Wo ist denn der Servicestop? Also ja, die ist immer rechts drin. Das ist mir bewusst. Aber ist das jetzt hier direkt rechts? Oder? Achso. Da sind schon alle ausgestiegen. Nee. Hm. Ich meine, das muss doch aber auch... Ich kann ja hier einfach nach rechts fahren, oder? Das ist ja nicht verboten. Das ist sogar eine Einbahnstraße. Ja. Dann werde ich das wohl tun. Die Kasse ist vielleicht komplett am Ausflippen, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt von hier losfahre? Ja, sieht aber noch ganz gut aus. Bin ich mal gespannt. Ja, wie lange ist da? Es ist wichtig, dass da noch viel länger grün ist. Für diese Massen an Fußgängern, die hier langlaufen. Das... Ja, ja, klar. Das finde ich unfassbar wichtig. So. Komm, jetzt aber Abfahrt hier. Also, da geht es auf jeden Fall irgendwo in Richtung Herzallee. Ich glaube, die Kasse irgendwie kann die da noch nicht so wirklich zahlen. Aber hinterm Bahnhof lang... Äh. Wo will denn jetzt, dass ich hinfahre? Hä? Es sieht irgendwie nicht richtig aus. Ich hätte aber gesagt, das ist jetzt nicht falsch, wenn ich jetzt hier hinfahre und da links abbiege und dann... Ja. Zug? Nee, Polizei. Da sollte man vielleicht nicht die Vorfahrt klauen. Ja, da geht es doch in der Herzallee wieder los. Oder fahre ich woanders los? Stellen wir uns jetzt einfach hier hin. Ist mir jetzt egal. Ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verwirrt, aber... Neu-Kommigkeit. Das sind auch wahrscheinlich nicht die für die 200. Wobei, das sind solche... Sind das Lade-Dinge? Ich weiß es nicht. Äh, an die Entfernung. 50 Meter. Die Entfernung zählt der runter. Ne? Das spricht erstmal für mich. So. Da. Hier sagt der Entfernung 0. Und sind wir hier da. Und haben seid ihr scharft, hätte ich gesagt. Ich finde, das ist auch so, wenn wir hier, ne? Wir haben einen schönen Endscreen, mit dem ich euch nochmal... Äh... Mit dem ich mich bei euch nochmal herzlich einschalte. Bis zum Beispiel dabei sein. Bedanke. Hier ist das Video. Falls ihr euch das mal anschauen wollt, wie das mit dieser externen Kasse funktioniert. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.